Es ist Zeit für ein Duell und damit herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh Pro Duelist Ascension, unser Aufstieg nach oben. Und mit unser ist natürlich mein Partner Shetani gemeint und ich, meine Wenigkeit, im letzten Part, der nicht auf meinem Kanal, sondern auf Shetanis Kanal zu sehen war, und zwar mit den Zauberkarten. Habt ihr gesehen, dass ich endlich mal was gewonnen habe, nachdem der erste Part ziemlich kacke war für mich? Ja, wow. Nun spielen wir statt Zauberkarten Fallenkarten. Bei den Monstern, bei den 25 Monstern, gelten dieselben Regeln wie bei den vorherigen. Also wir dürfen immer nur den höchsten Wert zweimal haben und die Verteidigung, ja, wird alles im ersten Part erklärt. Bei den Fallenkarten haben wir es so gemacht, nicht eine Effektkategorie, so wie bei den Zauberkarten, sondern zwei Effektkategorien. Einfach weil Fallenkarten meistens umfangreicher sind und, äh, ja, Fallen mit nur einer Effektkategorie sind echt meistens scheiß Fallen. Ja. Tiny Traps, äh, und du würdest sagen, Shetani, hast du auch noch irgendwas zu sagen? Nö, eigentlich, äh, du nimmst mir die Wörter geradezu aus dem Mund. Jetzt wäre ich dir nur noch dankbar dafür, wenn du dein Häkchen setzt, denn dann kann alles beginnen. Okay. Der am wenigsten beängstigende Part des Ganzen. Legs, please. Leg dich schon wieder? Ja. Nice. So, jetzt muss ich überlegen, was macht in einem Fallendeck am meisten Sinn? Ja komm, da gibt's nur eine Sache, was Sinn macht. First to go. Ganz klar. Ja, eben. Es macht dir nur Sinn, first to go zu sein. Damit du gleich als erstes deine Fallen aktivieren kannst. Alles andere macht keinen Sinn. Du hast jetzt im Prinzip einen Zug, in dem du komplett safe bist. Das ist schon mal ein guter Start, ne? Ja. Es wäre ein guter Start, wenn ich nicht das machen müsste. Hm. Das ist natürlich schon mies, ne? Das ist wirklich mies, Alter. Ja, genau. Ah, ich weiß nicht. Das Problem ist, ich habe halt wirklich keine Fallenkarte auf der Hand. Das ist kein Scherz. Das ist, glaube ich, die schlechteste Hand, die man eben in diesem Deck haben kann. Also, weil man keine Fallenkarte hat. Naja, Fallenkarten sind schon sehr, sehr spielentscheidend. Ja, und Fallenkarten sind vor allen Dingen sehr, sehr langsam. Ach ja, zum Thema spielentscheidend. Wir haben keine Fallenkarten reingenommen, die die Fallenkarten anderer aushebeln. Wie zum Beispiel hier Royal Decree, also königlicher Erlass, oder Kettensprengung. Nee, das nicht, aber wir haben Sachen drin, die einmal annullieren. Also sowas wie Wiretap haben wir schon drin. Also nichts, was weiterführend wirkt. Ich sage mal so, königlicher Erlass wäre halt ziemlich krank. Ich meine, könnte keiner mehr eine Falle aktivieren. Das würde einfach nicht... Das würde das komplette Ding hier einfach nuken, sinnlos machen. Das würde einfach diesen Part zwei Parts zurückschmeißen, ja? Ja. Das wäre einfach kom... Und das will ich mir nicht nochmal antun, sorry. Nee, das will ich mir auch nicht mehr antun, ganz ehrlich. Ich bin sogar schande, dass ich das auf meinem Kanal hochladen muss, ey. Ohne Spaß. Naja, du wolltest anfangen. Ja, das stimmt. Du warst halt der First to go, ne? Alter, wie viele Fallen du jetzt eigentlich hast? Du hast bestimmt einen Traphole und so einen Scheiß. Ja, nee. Was sollte man denn sonst verdeckt legen? Ohne Scheiß. Ich hab... Ich hab da keinen Bock drauf. Wenn ich... Hä? Geil. Hau ab. Er hat echt den Traphole. Gut, dass ich keinen Tributmonster jetzt gerufen habe. Das Problem ist, du kannst jetzt eins rufen. Das Ding ist, wenn ich den draufgelassen hätte, hättest du mir meinen Diagrapha zerstört und hättest im nächsten Mal den Tributmonster geholt. Also so gesehen war das ja nicht dumm, aber ich find's halt gut, dass du es jetzt schon gemacht hast. Das war meine einzige Option, tut mir leid. Aber weißt du, was ich viel geiler finde? Ich hab was auf der Hand? Einen alten Bekannten? Traphole, komm. Traphole, please. Das wär cool. Du hast eh Wiretap, oder? Jetzt enttäusch mich nicht. Ja, ich wusste es, ich wusste es. Geil, perfekt. Perfekt. Hatte ich nicht. Hatte ich nicht. Ja, ich hab den ja nochmal... Da konnte ich meinen Freund endlich ins Grab schicken. Leck mir da, Marsch, ey. Das Problem ist, was drei fallen. Und, äh, ja. Ich weiß nicht. Ja, ich hab eine ganz schöne Backcrow. Ich trau dir halt überhaupt nicht. Deswegen kommt der nochmal. Oh. Das ist eine Mirror Force. Du willst die jetzt aber noch nicht einsetzen. Ganz sicher. Nee, für sowas, für sowas setze ich die Mirror Force nicht ein. Das tut mir leid. Das ist mir... Ja, eben. Du hast aber eine. Das weiß ich. Ich riech das. Ich riech das unter deiner Achselhöhle, Alter. Da kommst du grad gut hin, wa? Ja. Ist nicht weit weg. Wusst ihr wissen. Nee. Ist es nicht so weit weg. Ja, Bayern Brandenburg, ja. Also, wer sich in Erdkunde auskommt, ist gleich niemand. Bayern Brandenburg. Ich sag mal, die Welt ist klein. Die Welt ist ja sehr klein, ne? Ja. Kommt man ja überall... Alter, hast du echt kein Monster, oder was? Ja, ich hab nur ein Tributmonster. Okay. Nice. Jetzt hast du aber Mirror Force, oder? Jetzt würdest du sie einsetzen. Nee, äh... Ja, ich möchte definitiv was chainen. Ich hab was mit ein bisschen mehr Stil, find ich. Zum Beispiel sowas hier. Zum Beispiel sowas hier. Oh nein, die wollte ich reintun. Genau. Zum Beispiel sowas hier. Das hat nämlich auch Stil. Die wollte ich reintun und die hab ich vergessen. Geil. Genau die war's. Genau die Karte. Ja, gut. Es ist nämlich quasi ein magischer Zylinder. Quasi. Nur halt, dass wir magischer Zylinder einmal haben und nochmal Dimensionen überall. Das ist ein magischer Zylinder in schlechter. Ja, weil der Ang... Ja, wieso? Das ist dasselbe. Ist nicht dasselbe. Quasi. Das ist aber noch mal magischer Zylinder, oder? Nee, also das kann ich dir sagen. Magischer Zylinder hab ich wirklich nicht. Also da geb ich dir mein Ehrenwort drauf. Den hab ich wirklich nicht verdeckt. Ja gut, was ist hier ein Ehrenwort wert, ne? Aber... Hier ist nix wert, Alter. Nee, äh, hab ich nicht. So, jetzt hast du aber ne Marifors, oder? Nee, aber... Oh Gott, ich weiß nicht. Ich will meine Backrow jetzt halt nicht so wegschmeißen. Ja, das will ich ja jetzt erzwingen quasi. Naja, gut, pass auf. Mach ich das so. Mach ich's jetzt einfach mal so. Alter, was? So. Zack. Das war aber eigentlich ziemlich... Ja, wobei. Das war nicht dumm. Das wirst du gleich sehen, warum. Das wollte ich mir nämlich für den Frostosaures aufheben. Geil. Das war natürlich... Ja, du hättest auch den Frostosaures... Ach stimmt, dann hätte er ja nicht mal angegriffen. Ja, ja, passt schon. Ja, pass mal auf. Weil jetzt kann nämlich mein Frostosaures kommen. Ja, ich hab den zweimal im Deck. Ich hab den zweimal. Ich will jetzt eigentlich... Ganz ehrlich. Ich will jetzt eigentlich nicht angreifen, wenn ich ehrlich bin. Das will ich eigentlich nicht. Hä, wieso nicht? Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt nicht angreife und du hast ein Blue Eyes, bin ich gearscht. Ja, natürlich. Ja gut, wie hoch ist die Chance, dass du ein Blue Eyes hast? Das Problem ist, es wird immer ein Risiko gegeben, sobald eine Falle verdeckt ist. Die nächste Sache ist, ich kann jetzt auch nicht auf den Wiretap warten. Das wäre halt genauso behindert. Ja, eben. Und selbst wenn du jetzt einen gesetzt hättest, könntest du mich einsetzen. Ja, eben. Ja gut, das war irgendwie klar, dass sowas jetzt kommen musste. Das war irgendwie klar. Aber weißt du, was ziemlich geil ist? Auch wenn du jetzt eine Fallgrube haben solltest. Ja, nee, ich hab keine... Ich hab einfach auch Frostosaures zweimal. Ja, gut. So geil. Alle vier Frostosaures. Da hast du jetzt mal wieder die bessere... Ja, du shuffelst deine Hand. Das Nützloseste in ganz Yu-Gi-Oh Pro. Es ist so nützlos. Im aktuellen Meter schon. Ja, wow. Wo bringt es dir was, deine Hand zu shuffeln? Ich find's gut, dass ich meinen Verteidiger immer noch stehen hab. Das bietet mir so ein bisschen Schutz. Ja, und ich find's gut, dass ich das Duell praktisch schon verloren hab. Das find ich auch gut. Ich guck nochmal nach, wie lange ich schon aufnehme. Ja, ich glaub, ein zweites Duell geht sogar tatsächlich noch. Nee, 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 ich greif nicht an. Wenn ich jetzt nicht noch eine total spielentscheidende Falle ziehe, dann hab ich verkackt. Richtig schön verkackt. Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite, es ist hier halt immer noch, muss man sagen, es ist zwar strategischer als bei den normalen Monstern, das muss man schon sagen, aber es kommt hier immer noch sehr stark drauf an, wie viel Glück du mit den Topdecks hast. Ja, das ist halt echt so. Aber jetzt mal ohne Spaß. Ich hatte keine Falle auf meiner Hand, ja. Du hast mehr Fallen gehabt als ich und du hast trotzdem irgendwie nicht gewonnen. Also das war schon... Du hast alles schon rausgehauen. Naja, weißt du, das Ding ist halt, du hattest genug, du hattest genug Monster, gutes Monster-Material, um meine Fallen rundherum zu spielen und ich hatte halt, ich hatte, ich hatte vielleicht viele... Oh, Disrespect. Ich hatte halt Verteidiger, also da hatte ich Glück gehabt. Ich hatte vielleicht viele Fallen, aber ich hatte halt scheiß Monster. Das war halt die Problematik. Du musst halt von beidem gut auf der Hand haben, dann kommst du auch hin. Ich glaube... Nee, du tötest mich noch nicht, du tötest mich noch nicht. Also du hast eine Dimension Prison, eine Draining... Ah, die Prison hab ich, glaub ich, auch vergessen. Ah, der Prison, die Prison ist einfach geil, warte mal. Eins, zwei, drei, vier Fallen schon gespielt. Naja, und ich hab nur zwei gespielt, du hast also doppelt schon... Okay. Das ist vier... Ah, was hast du jetzt verdeckt? Ja, das ist eine Karte, das ist eine Karte, die... Also wenn... Arrival appears, oder? Nein, nein. Arrival appears, Entschuldigung. Nein, das ist das Covering Fire. Das bringt halt... Ja, wow. Du bringst mir jetzt in der Situation richtig viel. Du bringst mir richtig was gerade. Was denn... Alter, wie wir einfach dieselbe Hand fast hatten. Wir hatten zweimal Kionchi und zweimal Frosto. Ich hatte zweimal Skulldog. Was ist das hier? Aber, liebe Leute... Wir sind unsere ganzen Monster geblieben. Ihr könnt ja jetzt mal wieder eine Sache sehen. Das ist jetzt nämlich genau der Grund, warum man eigentlich in aktuellen Topdecks, sag ich mal, keine oder kaum bis gar keine Fallen mehr spielt. Es ist einfach, wenn ihr gute Monster habt, völlig irrelevant, was für Fallen kommen. Im Prinzip schon, weil ihr könnt halt Monster spammen, ja. Und die Fallen, die hauen halt schnell weg. Also wenn ihr... Ich mein, klar, Mirror Force, die Staples spielt man halt, ist klar. Aber so Fallen wie Trap Hole oder so, die sind nichts mehr wert. Weil Trap Hole geht ja nur auf neutral. Komm, bringst du Ende, ich hab den Wiretap gezogen. Lol. Trap Hole geht ja auf neutral und das ist voll langsam. Also ich finde zwar Fallen ziemlich cool, aber die Probleme sind meistens halt langsam und die gehen so schnell out of fuel. Ja, ich würde sagen, ein Duell geht noch. Wird dann wahrscheinlich ein längerer Part, aber der Part wäre jetzt zu kurz gewesen. Ja, warte. Jetzt bin ich natürlich first to go, ist ja klar. Oh, sehr schön. Ist eine sehr schöne Hand, muss ich mal sagen. Ich hab eine richtig seltsame Hand, muss ich zugeben. So, also, ja, um nochmal auf das Thema zurückzukommen. Also, ihr seht's hier jetzt einfach, wenn ihr ein Deck habt, das genug Monster-Spam kann, genug Monster-Verluste kompensieren kann, dann spielt's absolut keine Rolle, was euer Gegner für Fallen spielt. Das stimmt. Und deswegen braucht ihr vielleicht bestenfalls dreimal den Decree, um euch selbst abzusichern, aber mehr braucht ihr einfach nicht. Und das ist... Dreimal Decree, Alter, das ist mega krank. Dreimal Decree ist... Vor allem, du kannst dann zwei totziehen, theoretisch auch. Ja, du kannst ihn theoretisch totziehen, aber ich sag mal, der Decree ist halt gerade in so'n Synchrodex oder auch in Matches... Du hast eine Wiretap, du wichst. Wobei, nee, hab ich nicht. Ich hab was Besseres. Du strappst dann? Nee. Okay, ich bounce mir den auf die Hand zurück. Was? Da geht der mir nicht auf den Friedhof, verstehst du? Ja gut, besser als zerstören ist es allemal. Besser als zerstören ist das definitiv. Ganz ehrlich, Leute, wir dürfen keinen Call of the Hunters spielen, weil Call of the Hunters tatsächlich vier Effektkategorien hat. Warum auch immer. Vier fucking Effekte. Ich check's auch nicht. Das kommt nur durch diese Zerstörungseffekte am Ende des Kartentextes. Das ist unglaublich. Das geht gar nicht. Ich werd jetzt tatsächlich auf Defensive gehen, weil deine drei Fallen machen mir echt zu schaffen. Wenn du jetzt keinen Monster gezogen hast... Nee, ich hab keinen Monster gezogen. Ist alles gut. Wow. Beginn ruhig deinen An... Du brauchst das Haus auf der Hand, das musst du bemerken. Alter, aber jetzt ne Trapstun, komm. Ach Mist. Keine Trapstun. Weißt du, das Problem ist, Trapstun oder Wiretap, es ist mir scheißegal. Das Problem ist, ich sitz grad total am längeren Hebel. Okay. Was will ich auch mal sehen? Ah nee. Also ganz ehrlich, da muss ich jetzt nix chainen. Das wär irgendwie dumm. Okay, du hast wahrscheinlich Entkräftigungsschild oder halt... Also die ganzen Fallen du vorhin hast wahrscheinlich. Also Dimension Prison, Kräftigungsschild, Dimension Wall. Sehr nice. Das gefällt mir, dass ich dich ziehe. Das find ich... Alles klar. Gut, kein Bottomless. Gefällt mir. Stimmt, den Staple Bottomless haben wir ja auch. Ja. Naja, gut, die Staples haben wir sowieso drin. Das wär auch ziemlich dumm für mich. Oder jeder. Also die Staples, die wir halt mit unserer Regel konform sind. Ja. Logischerweise. Ja, ist ja klar. So. Ja, du... Ah man. Hast du ein Traphole? Nee, du hast auf meine Beschwörung, glaub ich, nicht anketten können, soweit ich mich erinnere. Ja, aber wer sagt denn, dass ich mir das nicht für was Besseres aufheben wollte? Ganz ehrlich, der Heliotrop ist... Nee, du konntest auf meine Schwörung gar nicht anketten. Also zumindest so schnell kannst du gar nicht Rechtsklick gemacht haben. Doch, kann ich. Das hast mich schon unsägert. Was weißt du denn über meine Klickfähigkeit? Ganz ehrlich. Ja, aber das leckt ja trotzdem immer ein kleines Stückchen. Es leckt immer ein kleines Stückchen, aber wer sagt denn, dass dieser Leck nicht davon kam, dass ich nachgedacht hab? Ich hab nämlich nachgedacht. Ich hab einen kurzen Moment überlegt, Heliotrop annullieren oder... Es hat eben nicht gelegt bei meiner Beschwörung. Es hat eben nicht gelegt. Du konntest auf meine Beschwörung nicht anketten. Also einmal nicht. Ich konnte anketten. Okay, das heißt, du könntest auch eine Bottomless haben. Stimmt, Bottomless wäre ja auch noch. Bottomless wäre auch noch. Sehr richtig. Ja gut, okay. Ich möchte ihn jetzt aber behalten. Ich chaine jetzt was. Ähm, und zwar... Ein kräftiges Schild, oder? Gut, okay. Es tut mir fast ein bisschen weh, die Karte jetzt schon zu aktivieren. Aber bitte. Sein Ernst? Bitte. Nee, mehr mach ich jetzt nicht. So. Ja, jetzt haben wir wieder gleich viele Lebenspunkte. Das war jetzt aber noch die sinnvollste Karte, die ich in der Situation hätte aktivieren können. Ja, ich glaub auch. Der Rest ist mir dann doch... Aber jetzt kannst du Frostasaurus holen. Mein Traphole ist schon weg. Der Traphole ist weg. Wenn du den Bottomless nicht hast, dann... Ja. Ich will jetzt aber... Wobei... Hm. Den Heliotrop möchte ich eigentlich schon angreifen, weil der ist... Ist mir nisch geheuer. Ist mir nisch geheuer. So. Oder greif ich... Na. Komm. Den da. Weg. Erstmal das angreifen, was man kennt. Du überlegst. Du überlegst, ob du kettest. Hm. Naja, ich kette aber nicht, weil mir ist... Ja, das wär jetzt nur ein Ziel. Jetzt hätt ich mir schon was gedacht, dass du auf sowas nicht ankettest. Das würde mir auch auf lange Sicht nicht viel bringen, weil ich hab ja eigentlich genug Monster. Also, warum sollte ich wegen dem einen Monster jetzt rumheulen? Ja, eben. Das ist ja genau das, was ich meine. Es gibt einfach keinen Grund, da jetzt noch was zu chainen. Das Problem ist, ich muss jetzt risken eigentlich. Boah, Alter. Was für krasser Anglizism in unserem The One Horn, Alter. Ja, stimmt. Du konntest echt nicht auf meine Beschwörung ankennen. Du hast weder Trap noch Bottomless Hole. Alles klar. Also aktuell gerade. Das find ich gut. Das heißt, ich konnte meinen Fros Saisons raushauen. Sehr schön. Ich greif natürlich nicht an. Wär ja nur dumm. Ja, ne? Weil warum sollte ich den weghauen? Ich mein, klar, ich hab mehr Monster und so, aber die Fros Saisons ist ein bisschen wertvoller. Und du hast eh eine Falle, also warum? Ja, na gut. Aber das heißt ja, ich kann ja trotzdem nochmal eins von deinen beiden Verteidigungsmonstern weghauen. Bräuchte halt schon Trapstern oder so. Das wär halt jetzt schon geil. Das wage ich jetzt aber mal zu bezweifeln, oder? Wage ich das zu bezweifeln? Das werden wir ja gleich sehen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was du jetzt machst. Scheiße. Oh, ich muss hart überlegen, ob ich das wirklich... Oh, das ist schon echt teuer. Das ist teuer. Das ist mega teuer eigentlich. Und... Ah, nein, nein, komm. Den kannst du mir weghauen. Marona, okay. Ich warte jetzt auf meinen nächsten Topdeck. Ich warte jetzt auf meinen nächsten Topdeck. Komm. Ja, ich werd ja gleich sehen, was dein Topdeck war. Hm. So wie du klingst... Mein Topdeck war tatsächlich nicht so gut. Klang nicht so gut jetzt, ne? Nicht so überzeugt. Mann, Digga. Ich bin so gefickt. Ne, du sitzt tatsächlich am längeren Hebel, einfach weil du zwei Fallen mehr hast. Und ich halt echt... Ja, ich sitz halt... Ich muss aber irgendwann mal angreifen und der Part wird voll lang auch. Ich muss mal angreifen, aber du wirst es eh weghauen. Eben. Das musst du jetzt halt auch wissen, ne? Ich haus dir hundertprozentig weg. Ob ich auf die Traps dann warten soll, das ist auch dumm. Ey, wenn du jetzt noch auf die Traps dann wartest, ich sag's ja echt ungern, aber du gehst vor mir Deckout. Sollte es die letzte Karte sein, sag ich mal. Ja. Du gehst vor mir Deckout. Ich muss ja kommen. Und ich kann natürlich was chainen und... Ja, hm. Sorry. War klar. Aber musste ich riskieren. Ja, das stimmt. Du kannst es dir jetzt halt nicht erlauben... Man kann doch nicht ewig... Guck mal, es hätte jetzt sein können, dass du noch zehn Züge drauf wartest. Irgendwann hätte ich dir alle Monster außer deinem Frostosaurus weggehauen gehabt und dann... War doch viel zu lang. Wir sind jetzt schon bei 18 Minuten fast. Und dann wärst du halt auch echt mega gearscht gewesen. Alter, wir haben noch eine Fallart. Junge, übertreib gleich. Ja, natürlich. Ich übertreib gerne. Manche sagen, das ist mein Spezialgebiet. Sorry, jetzt aber. Albtraumrad? Ja. Nee, sorry. Sorry, Bro, aber das mach ich nicht. Sorry. Siebenwerkzeuge, tatsächlich. Hm. Nee, sorry, das war jetzt einer zu viel. Wobei, ich weiß, dass du was chainen kannst. Du kannst was chainen. Und jetzt mit zwei Monstern ist mir das eigentlich zu heikel. Warte. Warte, ich greif nicht an. Ich greif nicht an. Die harten Mindgames hier. Das ist jetzt richtig Mindgame hier. Das ist jetzt gerade der übelste Mindgame einfach nur. Das ist gerade richtig wie bei Death Note. So krank, Alter. Ich würd's jetzt... Ja, okay. Gut, es kann ja nicht mehr als 2500 sein. Nee, laut Regel nicht. Laut Regel, ne? Hm. Ja. Oh, Mann. Ja, so hart denn, dass man sich dran halt, ne? So, warte. Je mehr Monster beschwörst, desto mehr geht's dir... Ah, das ist... Das ist gerade nicht so gut. Oh, weißt du, was ist die Scheiße? Also, warte. Er würde es einfach nicht... Es ist so kacke, Alter. Na? Ja, es ist echt kacke. Es ist so Mindgame gerade. Es ist... Alter. Es ist... Es ist gerade wieder die richtige Overprediction. Es ist halt nur, wenn er jetzt das und das hat, was mach ich da? Oder wenn er das und das und das hat... Ja, das ist mega krank. Wenn er das hat, dann könnte ich das machen. Aber dann könnte ich das wieder nicht machen. Und das und das auch nicht. Dann könnte ich das auch nicht, wa? Alter. So harte Mindgames. Warte. Ganz ehrlich, ich muss irgendwann in die Offensive gehen. Irgendwann muss ich das machen. Ja, musst du echt. Musst du echt. Ja, ganz ehrlich. Ich kann jetzt nicht noch ewig warten. So, ich muss das machen. Oh Gott. Ja, mit sowas in der Art hatte ich gerechnet. Ja, muss halt sein, ne? Blazing im Patschi. Wobei, ich glaub nicht, dass du so einen schlechten Verteidiger reinnimmst. Aber dann hab ich wenigstens diese hässliche 50 da hinten weg. Ist auch was wert. Wie einfach deine 50 weg haben will, ey. Ja, na, ohne Scheiß. Sind Sie zu arschen? Ich bin halt so ein totaler Mensch für Ästhetik. Ja, ich find das auch nicht so geil, aber ohne Spaß. Ich bin ein totaler Mensch für Ästhetik. Ich kann das überhaupt nicht haben, wenn da sowas steht. Weißt du, das war bei mir immer so krass. Ich sollte eigentlich für eine Klassenarbeit oder so lernen. Da musste ich halt auch ein bisschen Lernstoff in meinem Blog nachschlagen. Seh ich da so eine Seite, die etwas unordentlich geschrieben ist. Oh Gott. Und anstatt zu lernen, schreib ich die nochmal komplett. Aber das hab ich auch schon mal in Mathematik gemacht. Ohne Spaß. Torrential. Das hab ich auch in Mathematik gemacht. Da mussten wir eigentlich für die Abschlussprüfung übelst krass lernen. Und was hab ich gemacht? Ich hab einfach mein halbes Heft komplett nochmal neu geschrieben. Weil so hab ich auch gleichzeitig gelernt. Und, äh, ja. Weil das war mir irgendwie zu hässlich. Und keine Ahnung. Ne, das war nicht bei der Abschlussprüfung. Das war bei irgendeiner wichtigen Schulaufgabe. Ich bin jetzt sehr froh, dass ich zumindest diese Karte hier noch habe. Sehr froh. Das hat einfach der Menschenwoll. Moment. Ah ne, komm. Ah gut, hat er gefressen. Hat er gefressen. So, wenn du jetzt kein Monster ziehst, dann sieht's schon gut aus für mich. Hab ich das erste Welle gezogen? Das Problem ist, ich hab ein Monster gezogen. Und weißt du, was viel geiler ist? Ich kann dein eigenes Traphole umgehen. Theoretisch. Theoretisch. Es sei denn, du hast ein Bottomless. Ach lol. Du hast aber noch eine Normal Summon, gell? Eine Normal Summon hätte ich jetzt noch, aber ich hab keine Handkarten mehr. Gut, das Traphole ist eh schon weg. Es hätte mir nix gebracht. Aber ich bleib jetzt auch mal, ich bleib jetzt so. Weil, du kannst jetzt was tributen, aber, ja, ich muss das Risiko jetzt eingehen. Wenn ich angreife, dann machst du mich platt. So. Ist einfach ein Fakt. Ich weiß, dass du jetzt so kurz vorm Sieg, eventuell noch mit einem Monster auf der Hand, wenn du jetzt hier hinten eine Spiegelkraft liegen gehabt hättest, dann hättest du sie genutzt. So. Monster gezogen, mach mich fertig. Komm. Ja. Alles klar. Hast du jetzt echt, das, Moment, hast du Mirror Force? Ja, wer weiß das schon. Du hättest noch eine Mirror Force, theoretisch. Hätt ich theoretisch, lieg nicht in meinem Friedhof. Das ist ganz richtig. Jetzt musst du natürlich abwägen, ne? Nee, hab ich. Du hast keine Mirror Force. Komm, mach mich fertig. Kann die Mindgames jetzt auch aufgeben. Alter, was hast du für Deck gehabt? Ja, nur dieses scheiß Deckungsfeuer. Den, den Deckplatz hätt ich echt sinnvoller nutzt. Ich hatte Air Force, also Storming Mirror Force, die alle deine Monster auf die Hand schickt. Und das war natürlich so, machste, machste nicht. Und dann kam Terrence und dachte mir, Gott sei Dank. Und dann hast du einfach einen Monster auf der Deck gesehen und dachte mir so, komm bitte, ich schwör doch was. Da will ich was. Ich hätte nämlich noch die ganze Zeit einen Gaga Gigo, also einen 1,850er auf die Hand gehabt. Den hab ich mir jetzt aufgehoben. Ja, liebe Zuschauer, ein sehr, sehr langer Part, aber das ist natürlich bei Fallenkarten sehr wahrscheinlich, dass die Parts länger werden, weil Falle sind ja langsam. Ja, wenn euch der Part gefallen hat, würde mich an der Bewertung sehr freuen. Schaut bei Chitani vorbei, dort war der Zauberpart und dort wird auch wahrscheinlich... Ach stimmt, nächsten Samstag kommt die A04, das kommt auf unseren beiden Kanälen. Wir nehmen da Parallele auf. Stimmt, ja. Und genau, schaut da auf jeden Fall wieder vorbei. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten wieder einschaltet. Und ja, dann würde ich sagen, gibt's nichts mehr zu sagen. Ciao, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.